moin jetzt kommen zu einer weiteren folge alles 22 kurs im wald ja man könnte einfach mal auf die idee kommen die wulde wieder hochzufahren dann liegt das holz nämlich da weil es braucht schon gut bis es abgeladen ist hier aber mein gott das muss erst mit wasser darüber schwimmen und dann auch fahren das brauchen wir schon seinerzeit sagen die stämme an aufgenommen werden ist mir jetzt echt 110 gehen glaube ich rein oder 120 110.000 liter das heißt ich brauche jetzt erst das cg wir brauchen erst mal eine pause bis es wieder also ja wie heißt es na bis das alles verarbeitet ist dass es wieder holz aufnehmen das heißt wir bringen jetzt auf jeden fall erstmal paletten weg wie gesagt und da könnte man sich überlegen gut muss jetzt holz fällen dann wieder und alles dann vielleicht mal wieder mit container dass man die wieder nehmen weil das auch gut geld bringt und so lange meine produktion voll sind kann man das ja so machen eigentlich meine papierfabrik ist auch ziemlich voll sägewerk ist es ziemlich voll mit 100.000 litern alle das kann erst mal eine weile produzieren glaube ich deswegen kann man vielleicht mal nichts vorgucken dass man da wieder container nimmt aber gut jetzt machen wir erstmal wieder produktion also paletten rangieren und so und dann sind wir weiter dafür müssen wir erstmal die molde tauschen oder die plattform wie es heißt gut dann war die wieder aufgeladen gleich ja das ist noch mal gemacht ich bin nach vorwärts rein habe mich da vorne hingestellt richtig glaub schon mal kurz bis das auto vorbei ist ach warte mal ich muss erst mal so segelberg und weil ja der redler ich hab ja nur ein das macht jetzt kein sinn wenn ich gerade welche hoch fahrt und dann wieder mit dem runter fahr also deswegen aber klar ja ganz viel stahl runter langsam ja wieso schüttig aber das will sie sind das so fahr mal hier lang dann macht es meiner sinn das ist erst mal aufzuladen da oder hat alles gerade steht gut ist weil der waldreißer doch ein bisschen schneller unterwegs der ist nur schneller darunter gefahren hast der hat lange schon so doppelt geschwindigkeit unterschied das war nicht ganz gut greifen was ich wahrscheinlich jetzt machen aber egal achten gasen kasten so wo muss ich jetzt noch mal hin da vorne irgendwo und zwei fertig bin also fertig waren pakete so jetzt müssen wir erstmal gucken wo der ganze grabe überhaupt am meisten bringt das ist also dieser stelle man kann mit dahin ich werde mal den obglob das stimmt dass man sich im weg stehen untersucht da muss auch die paletten aufladen was schon einige sind muss ich schon sagen das produziert schon gut ok damals als erstes aber hier ja bretter 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 so oh ich bin ich gerade blöder finde ich bretter da oben so ok brenner bringen natürlich am meisten bei endgreeg 25 wie letztes schon erwähnt der zombie am meisten das ist so zum also nicht zum kotzen aber ja ist es schon nervig. Das ist immer Angry am meisten Brief. Also, ja, nicht immer. Wie, das nimmt es auch gerne. Okay. Aber 2,5, klar. Und die Bootswerf bringt auch 2,2. Jetzt haben wir noch lange Bredda. Lange Bredda, wie sieht es da aus? 3,5. 3,5, 5. 4. Ich würde aber schon gern... Oh, das ist jetzt die Frage. Bringen wir jetzt erstmal Sachen zur Achterbahn. Was brauchen die Achterbahnen eigentlich alles? Warte mal. Mach das anders da. Achterbahn. Ich brauche ja noch mehr Sachen als nur das. Ich brauche ja Holzbalken, haben wir. Bretter, haben wir. Lange Bretter, haben wir. So, jetzt ist die Sache. Metall, haben wir nicht. Wo wir mal oben das Eisenerz holen und halt Metall draus machen. Irgendwie Kram. Holzfliesen, brauchen wir die Produktion dafür. Treppengeländer brauchen wir auch die Produktion dafür. Das heißt, wir müssen überhaupt mal anfangen können hier. Äh, dauert's. Weil ich brauche halt noch die anderen Sachen. Holzfliesen ist glaube ich die Schindelfabrik oder so. Glaube ich. Treppengeländer ist wahrscheinlich irgendwie Möbelzubehörgaben. Was weiß ich. Metall brauche ich auch die andere Produktion, glaube ich da. Ne, ne, ne. Wie sieht es bei der Bootswerft aus? Wenn ich gerade mal hin. Äh, die kann man ja theoretisch kaufen auch, aber ich weiß gar nicht, wie es aussieht eigentlich. So, Bootswerft benötigt. Bretter, lange Bretter, Holzbalk, Metall und Holzfliesen. Metall und Holzfliesen habe ich halt nun mal nicht. Was bringt mir das eigentlich hier zu kaufen? Ne, ne, ne. 125.000. Es lohnt sich wahrscheinlich, Möbelzimmer zu gucken, wie ich Metall und Holzfliesen. Bevor ich irgendeine Dinge anfange. Weil das macht halt keinen Sinn. Da bringe ich die Sachen hin und dann schon. Die Sachen kriege ich ja immer wieder. Die werden ja produziert oder sonst was. Also bringe ich sie lieber dahin, wo es am meisten bringt, damit ich Geld kriege. Macht Sinn, oder? Kommt die Musik da. Okay. Heißt. Bretter. 25 bei Angry. Ja, bringe ich mal die Bretter nach Angry. Wenn das nun mal am meisten bringt, machen wir das so. So, wo ist der jetzt gerade? Keiner weiß es. Perfekt. Das heißt, der wird gerade. Der wird schon gleich kommen. Hoffe ich. So, gerade leider. Das sind lange Bretter und Balkenkel. Ich brauche aber die Bretter erst. Und die stehen da drüben. Hoppa. Hubbelig da. Aber geht alles. Okay. Schlau wäre es jetzt eigentlich, immer zwei zu nehmen, weil die ja direkt voneinander stehen. So. So. Palettenkabel passt. Von der Breite her. Machen wir einmal so. Und einmal so. Perfekt. Gut. Haben wir schon mal zwei aufgeladen? Also. beieinander. Diese scheiß Kante, die da ist. Ah, da kommt der Zug. Hey, hey. Wie. Wie. Auf die Sekunde genau. Stopp. Stehenbleiben. 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 Stopp. 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 Perfekt. Ja, perfekt. Nicht ganz, aber. Ich überlege gerade. Was. Ich bin immer noch überlegen, was diese Plattform bringt. Also. Ich weiß es immer noch nicht. Aber man kann es mal probieren, die Sachen da auch. Ja, aber. Die Paletten passen auf jeden Fall drauf. Und die anderen Dinge auch. Ja, komm. Weißt du? Benutzen wir mal die andere Plattform. Ich weiß nicht genau, was das jetzt. Bringt. Was den Unterschied macht. Aber. Wir nutzen die jetzt mal. Ich glaube, der geht auch mal hinter drauf. So. Äh. Jetzt steht es mitten drin hier gerade. So. Nehme ich mal abladen. Einfach. So. Habe ich die überhaupt noch drauf. Ich muss bedenken, ich fahre hinten ein Stück schon runter. Oh. Naja. Für die erste Palette war das G. Hier ist es schon nicht gerade. Uneng. Also. Uneng. Da ist nicht gerade viel Platz hier zum Rangieren. Also mit dem Rad leider hier jetzt. Da wäre so ein Gabelstapler schon nicht verkehrt. Das ist genau so die Sache. Ich wollte ja eigentlich mal gerade in den Kompaktlader mal kaufen. Weil ich glaube, es ist dann doch schlauer. Weil ich bin ein Kompaktlader, was will ich momentan mit einem Kompaktlader. Wegen Bresluft-Lammer halt. Aber nur wegen Bresluft-Lammer einen Kompaktlader zu kaufen ist einfach so eine Sache. Kann man doch einfach einen Adapter kaufen. Von CSZ. Und dann ist gut. War doch nett. Doch. Ich stehe alle schief. Wenn man einmal anfängt schief zu laden, Alter, das will. Egal. Lange sie alle den Spanngut rumhaben am Ende. Und jetzt so wie letzte Mal runterfliegen, die Palette. Ei, 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 ei. Ist alles gut. So. Das wäre dann doch vielleicht schlauer. Da wir jetzt mittlerweile doch viele Paletten haben. Vielleicht eine Startplatte kaufen. Allerbessen schon gleich den Größten, das ist klar. Gibt es denn da eigentlich mittlerweile so viele Varianten? Ich würde, gab es nur einen. Neunzehner, mittlerweile gibt es ja gefühlt zehn. Ne, sind ganz viele. Ich verstehe, was ich meine. Denke ich. So. Ich glaube, der Wagen ist schon dafür gemacht. Dass man da Paletten drauflegt. Ja, ja, es ist wackelt ein bisschen, aber ist okay. Ich meine, der Radlade halt zu breit ist. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass ich am Pfosten hängen bleibe. Weil der zu breit ist. Und so ein Stapler kann ja schon gefühlt auf der Stelle rangieren. Das ist halt schon ganz geil. Und hab schon, das hab ich eigentlich so, das waren es noch bis jetzt noch gar nicht genutzt. Ein Stapler. Warte. Ja gut, vielleicht auf Erdenkrat mal kurz gemietet. Zum Verladen, okay, ja. Aber an sich ist es mal gekauft und es richtig genutzt. Eigentlich schon nie. Im 19, da gab es ja die Produktion noch nicht. Und, ähm... Also, bei der Stapler hat nie, äh... eine Sache... Also, das hast ich nie gebraucht, irgendwie. Hat sich halt nie gelohnt von dem alles. Aber dass es mittlerweile doch so viele Produktionen und Kram hier gibt, was halt wirklich... ...doch mittlerweile ganz geil ist. Das bringt halt nochmal ganz viel Abwechslung. Und es wurde sich ja früher immer viel gewünscht. Ich hab mir auch immer gedacht, Produktion. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich brauchen wir das nicht. Und die Worts bringen, das ist eigentlich immer alles ganz gut, aber... Es ist... Es ist schon ganz geil. Das bringt halt wirklich viel Abwechslung. Weil, wenn hier jetzt keine Produktionen wären oder so. Ähm... Ja. Dann werde ich ja alles ziemlich eintölich zwischen den Tönen nur Bäume fällen. Darf ich denn einfach mal die Panellen ablegen? So. Spannkunde. Zack. 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 Und zack. Warten wir drüben noch. So. 1a gelacht. Äh. Alter Schwede. So. Was haben wir jetzt noch? Nein, ein Fallscherknopf. Ach, wenn der Bericht wurde, ich gucke mir noch. Morgen könnte es schneiden. Anscheinend. Ja, okay. Nächste Tag komplett. Oh. Ich sollte vielleicht mal Geld sparen und für den Fall, der fände da doch ein Auto, ein Ding und Kram oder irgendwas überlegen wegen. Ähm... Ohhhh... 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 Schneeschieber. So, warum wir jetzt fertig, wenn das ist das nächste, was ich will. Hallo? Da, fertig von. Mein Gott. Angry. 10.000. Lade mal. Das sind ja nur gerade mal zwei Stück. Die laden wir gerade noch auf. So, dann machen wir die Gabel der wird ein bisschen breiter. So, das wird jetzt spannend. Also, das ist ja spannend. So, die laden wir aber hinten auf. Ähm... Ja, mach, mach. Ich fahre jetzt nicht den Zug extra nach vorne, deswegen. Und ich sehe halt gar nichts theoretisch. Mal erinnern sich, ich sehe halt nix. Mal probieren es mal, sich ja so aufzuladen. Vielleicht kriegen wir es sein. Hm? Das Problem ist halt, du kannst dich nur bewegen mit der Kamera oder so, okay? Du bist halt... Das sah aber gar nicht mal so schlecht aus. So, perfekt. Dann machen wir die andere noch. Ich mach gerade mal die Rennohleuchte an. Mal die Autos hier rumfahren. Wie gesagt, das ist halt das theoretisch langweilige, wenn Angry immer am meisten bringt. Dann brauchst du die Sachen einfach nur auf den Zug aufladen, zack, zack und fertig ist. Sonst muss ich jetzt ein LKW nehmen, ich müsste mit dem LKW noch fahren. Das ist auch nur so eine Sache und alles. Weißt? Wenn der Zug halt direkt hier vorbeifährt, kann man halt direkt zack, zack aufladen, dann ist gut. Aber okay. Wo kann man die Sachen eigentlich noch verkaufen, jetzt zum Beispiel die Fertigwände? Weil für die Fertigwände brauch ich auch erstmal einen... ...Transporter, der hat das... ...Silverman-Market und Achterbahn? Okay. Okay. Lange Bretter. 3,5, 5. 3,9. Ja. Angry. Also lange Bretter, Angry und die Holzbalken. 5,3, 7, 5,5, 5,9. Angry. Alles klar. Es bringt halt da am meisten Geld, deswegen mach ich das jetzt halt. Aber immer werde ich mir auch mal überlegen. Wenn es ein bisschen unterschiedlichen Kram, dass ich nicht immer alles auf dem Zug aufladen werde. Weil das hat schon irgendwie... Ich sag, wie sie ist, langweilig ist es irgendwie... ...Gar nix. So. Wow. Guck, gesichert. Okay. Ähm, der Zug müsste hoffentlich hier stehen bleiben. Wenn ich hier beende. Äh, genau. Nächste Folge. Lade bei den restlichen Kramen noch alles da drauf. Also alles da so nebendran, das soll dir passen, denke ich. Und dann gucken wir mal, wie viel Gap man dafür kriegt. Weil ich geh schon davon aus, dass es gut Code bringt. Die Paletten da. Und unten die beiden darf ich auch nicht vergessen. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lass gerne einen like, damit es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und guckt doch gerne beim Bausimulator mal rein. Also, ich musste sie jetzt selber erstmal noch aufnehmen heute. Aber, mal sehen. Vielleicht tue ich ein bisschen ein anderes Schneiden noch im Kram. Mal sehen. Also, bis dann. Tschüss.